Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art... Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut... Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Sum, sum, sum. Was mache ich jetzt mit dem Ohrenschmalz, Alter? Kist-Tür. Braugelkücher. Jetzt mal eine verrückte Idee. Da hast du deine Dino-Dena. Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein! Aus dem peruanischen Bernstein-Mienen! What a pity. Da ist kein Bernstein-Einzels drin. So ist es für meine Dino-Zuchtprogramm unbrauchbar. Du kannst es wiederhaben. Geist. Aber stück ruhig fleißig weiter. Dann wird schon bald meine Dino-Armee über die Globus marschieren. Hoaha! 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 Wenn ich noch mal in das Archiv kommen würde. Aber komme ich ja nicht. Was, hat er vielleicht das Ticket? Hey, Alu! Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in dem Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Einen Aluumhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Braucht er noch einen größeren Kleiderbügel? Ich muss langsam mal weit. Pass auf... Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich hätte ja noch eine Idee, was ich mit dem Ohrenschmalz machen könnte. Dass ich es eventuell dem Barbesitzer als neue Rezeptur angrehe. Was bestelle ich mir denn schönes... Was? Es gibt nur Stinkdrink? Barmann, einen Drink. Aber natürlich. Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, die hättest du wohl gerne hauen. Steht aber nicht auf der Karte. Barmann. Ich bin gerade ein bisschen... Barmann, einen Drink. Barmann. Ein Glas Wasser, bitte. Steht nicht. Steht ja auch gar nichts auf der Karte. Wollen wir kickern, Harvey? Okay. Kickern, nicht kichern. Ach so. Auch nicht kickern. Kickern. Holger. Hehehe. Hehehe. Hä? 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 Hallo Bienenmann. Hallo Frö. Ich rede nicht. Dann schwing. Weiß und flach. Das muss Papier sein. Ja. Nein, danke. Nein, danke. Wir müssen ja einen Kleiderbügel besorgen. Meine Ratlosigkeit, ich habe gerade keine kennen. Weg bin ich. Ich störe sie lieber nicht. Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Ich glaube, es ist auch nur für eine Person romantisch. Vielleicht braucht er einen Trink. Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ist es aber nicht. Willst du nicht Ohren schmalzen? Ich bin gerade wirklich ratlos. Ich weiß. Kommissarin Etna Konrad, Aufzugsdezernat. Machen Sie den Weg frei. Wir müssen den Wäschelift auf Fingerabdrücke untersuchen. Netter Versuch, Frau Kommissarin. Aber der Lift befindet sich im Distrikt der Bahnpolizei. Habe ich schon erwähnt, dass ich gerade groß bin? Roggelbecher. Roggelbecher? Roggelbecher. Das klappt so nicht. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Zickzackschere. Roggelbecher? Ach so. Verstehe. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist eine Tüte Kartoffelchips. Roggelbecher? Nein, Cheese and Onion. Roggelbecher. Dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. Ja? Hallo? Für dich. Roggelbecher? Roggelbecher? Und? Roggelbecher. Ja, die finde ich auch lästig. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich meine. So, so, du. Wie, ich, bist du bereit? Für. Ich ziehe dann. Tü. Also, irgendwie... Hey, Alu. Hallo, Ed. Was für dich? Ich habe noch eine Frage zu kriegen. Ich habe noch eine. Schieß los. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr. Dann bring mir jetzt den besseren Kleider, Büh. Sprech. ich muss besserer kleider wirklich denke mal das ist also der nächste ist der hörer fehlt ja das könntest du eh nicht dran machen das hatte keinen effekt in diesem dieser ursuche da da fehlt doch noch irgendwas ich sehe nichts was dagegen spricht ich habe da oh bernstein das war schon mal irgendwie platz mit x cornflakes mit honig gefällig ist es denn echter bienenhonig nicht wirklich tatsächlich fehlt noch eine insektoide zutat zu meinem bernstein cocktail insektoide zutat das einzige licht das sie bekommen kommt vom fernseher wir brauchen insektoide zutat wo kriegen wir insekten insektoide zutat ich hab's das zauberwort heißt ohrenschmalz hör mir zu es ist ganz simpel gib's auf kumpel dieser aschenbecher ist zu nichts nutze außer zigaretten darin auszudrücken das ist der einzige löffel den ich im ganzen haus auftragen konnte ja ok ja ok ja ok ok das ist mir das ist mir das ist mir für das ist mir Wo kriegen wir eine Insektuide Zutat her? Da geht das ganze Dilemma ja schon los. Insektuide Zutat. Ganz ehrlich? Das ist eine Lampe. Warte mal. Hinter einem Sofa sind gerne mal... Es fehlen alle Kissen und Bezüge. Ich kann später noch ausruhen. Knobel-O-Mania. Bestimmt nicht. Es ist okay, wenn man... Aber diese Spiele sind für Volltrottel. Eine Sache noch. Lass mich nicht... Ich brauche vielleicht mal Chips da? Ich bevorzuge Salsa. Ich mag Rumba. Harvey, das wusste ich ja gar nicht. Weil du mich nie führen lässt. Da fehlt ein Schlüssel. Wo kriege ich... Es könnte auch ein Behälter für... Für benutzt... Das einzige Licht das... Was ist das denn? Da kauert doch jemand hinter. Verlockend. Aber ich habe... Nein, das ist... Für den Professor... Okay, okay, okay. Die ist auch noch eine Pflanze. Die ist bloß Dekoration. Ich habe kein Fensterblatt und den Fenster platzen... Von dort spucke ich auch vorbei. Hier steht... Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Nicht nötig. Es ist verständlich. Schau mal, Harvey. Auf dem Aushang steht, dass sie in der Kantine keine Löffel mehr haben. Verschaust du mich so an? Ich habe nur zwei und das sind meine. Aha. Als das krumm sieht so aus, als könnte er ja irgendwo... Als könnte er ja irgendwie... Als könnte er ja irgendwie... Ein klein wenig davon kann ja nicht schaden. Oh. Ist es jetzt komplett? Ist es jetzt komplett? Ist es jetzt komplett? Ich bin echt ratlos. Ich habe da... Oh. What a pity. Da... So. Du kommst. Aber super. Okay. Wir machen es mal so. Ich wähl jetzt mal Harvey aus und befrag mal jemanden. Wollen wir einen Scherzanruf machen? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wie ist die Nummer von Domian? Hm. Die kenne ich nicht auswendig. Hm. Diese Nummer herauszufinden, sollte ab jetzt oberste Priorität haben. Domian. Warte mal. Können wir... Ich habe gerade noch eine andere... Wie soll ich schon anrufen? Du kannst mich anrufen. Das ist lieb. Aber ich... Ich habe zwar die Lampenschirmnummer und die, wo ich Furzgeräusche mit meiner Achselhöhle mache. Wow. Eigentlich wollte ich das hier nehmen und dann damit kombinieren. So wird das nichts. Das Telefon müsste repariert werden. Doch das Stuhlbein ist leider ein Instrument der Zerstörung. Nicht so schlimm. Ein solides Instrument der Zerstörung. Das Kabel ist bereits zerschnitten. Kleiderwügel. Ehm. Front Lake. Irgendwie drehe ich mich hier. Professor. Hallo Professor. Ungriff der Flugzeug. Hallo äh. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Ne F*** für meine Geheimnis. Das klingt spannend. Na das weiß Dinosaurier. Schlüpfen aus fossilen Bernstein-Einschlüssen. Ich schaue hier. Ohrenschmalz. Wachsig und Bernsteinfarben. Du musst es ja nur noch mit irgendwas kombinieren. Oder irgendwas. Die Konsistenz ist wie Joghurt. Die Farbe wie Honig. Und doch warnt mich mein Gefahr. Pfeil. Coot. Und ich kommt. Coomeekräft. Fotoschläger. Irgendwas brauche ich doch noch. Also, Gabel, warte mal, kann ich jetzt einfach in die Gabel hängen, nichts, 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 da müsste ich schon ingenieuren, ja, das ist das, wo ich ihn sehe, will es auch nicht karieren, so viel Ausdruck mit so wenigen Strichen, ein Meisterwerk, diese Pinnwand wird offensichtlich als ganz ehrlich, ich bin ratlos, würde mich für diese Ausnahmesession verabschieden und vielleicht fällt mir in dieser Gedanken, in der Zwischenzeit ja noch irgendeinen Geistesblitz ein, vielleicht google ich es auch, weil ich hab grad ganz ehrlich, ich hab keinen Plan mehr, also, Wachsstifte, warte mal, kann ich die jetzt haben, wollte er nicht damit irgendwas machen und wollte dann von uns noch, Entschuldigung, die brauche ich noch, Entschuldigung, die brauche ich noch, Entschuldigung, die brauche ich noch, Entschuldigung, die passend, der Bienenmann malt mit Wachsstiften, was, äh, fuchst mich, äh, fuchst mich, nein, danke, ich, nein, danke, das ist alles, in diesem blöden Generalstüttel, Vielleicht, wenn ich das nicht ausmache, kommen Tierchen an und dann, ach man, siehst du, weil, eine Sache, ich glaub zwar nicht, dass das funktioniert, weil, macht für mich irgendwie keinen Sinn, aber, probieren wir was studieren, um Gottes Willen, das wäre die unheiligste aller Allianzen, ja, eben, genau deswegen, hm, hat mehr schon kombiniert, ich sehe nichts, was dagegen spricht, also, wirklich, was bringen hat es jetzt halt auch nicht, also, wirklich, was gebracht hat es halt nicht, dann gehen, okay.